. Nach einer Stasiun der Trenn, im Buffet oder im Restaurant. Niemand ist in der Quattro der Dess. A Čašté fermativa al Bistro Kasti. A Sedrun fermativa in Lustria della Stazion. A Čašté fermativa al Bistro della Stazion. Abed! Arce la stajen Sol Paso di Bernina, più prezise su l'Albgrin. Scimona. Sajrat da Fondu e viadi da Claregluna. I destravaž da Fans da Trèni e Teams da Camara. Gute-Nabed! Mi godi, mi godi sa? Grazie a tutti, mi godi si vedo. È semplica! E di mezzan recorded. Das ist ein Problem, der Primo Semaden hat, in der Zürbischt. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Guten Tag. Der Bistro ist sein Manns der Dünner Donner. Nicole Ottersberg hat das Erweizen für die Sünder. Wie viel Kaffee gibt es pro Tag, Nicole? Die 100 Stück, würde ich sagen. Also mit den Bohnen? Nein, mit den ganzen Leuten. Ach so, ich denke sicher 100 bis 150 Stück. Am Morgen trinken wirklich alle Kaffee, Espresso, Latte Macchiato. Die läuft dann ständig, die gute Maschine. Guten Morgen, meine Liebe. Ella ist in einer One-Woman-Show. Jetzt habe ich gleich was vergessen. Ich komme sofort. Das ist ein Fabriciasco, ein Diner amerikaner, mit einer langen Teck, mit einem Löffel per jasch, mit einer dritten Kaffee. Ich komme sofort. Wenn irgendwer fehlt. So, und deine Chau? Ja, du musst den Kaffee kriegen. Ja, die sind da, Schatz. Die sind da, Schatz. Gäste. Die trinken gern gemütlich ihren Kaffee und haben lieber ein bisschen ihre Ruhe, quatschen gern mit uns oder lesen ihre Zeitung und gehen dafür nicht unbedingt drüber. Was ist gut? Ja. Danke! Ja. Du bist gut. Was sind die Kaffee und Krem? Ja. Das ist gut. Ich bin in Guggennukocat, mit dem Albrecht. Nichts, wenn sie auf den Trennen legen, dann haben sie einen Kontakt zur Regionale. Einen simpatischen Kontakt. Die Strenze schwecken in Bermoswelt. Ein Passagier hat sich in den Bistro geholfen. Um es zu kommen, um es zu kommen, um es zu kommen, haben wir mehr Büffets in der Station. Tempo und Takt sind Tromf. Es ist 5.70 Uhr. Ich muss den Weg von Tirana bis Savonin machen. Ich habe den Trenn hier in Tiefenkastel und nehme einen schönen Kaffee in Svizzero. Das ist nicht wie das Italiener, aber... Guten Morgen, da ist dein Kaffee. Da ist dein Kaffee. So, frische Kuhnisch. Könntest du auch mal mitbringen? Ja, könnte ich. So ganz frisch. Danke, Nicole. Bitte schön. Wohl. Das sind so kuhwarm. Das ist das Beste. Wohl. Das ist gut. Früher auf dem Bauernhof habe ich dich auch immer geholt. Mhhh. Ziemlich so im Gesicht. Wir haben gesagt, dass es frische Kuhnisch ist, wenn es richtig warm ist. Das ist ganz gut. Das ist nicht gut. Nein. Ich bin schon lieber ein Kölzbier. Ja. Ja. Das ist gut. 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 Das ist lustig. Läuft etwas und dann nimmt man den Weg gerne auf sich. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Ich mache das auch mal. Und werde sie gegen den Müheuk. Und ich mache das jetzt. Deine Prächtigung. Das ist richtig, aber es ist gut. Die Prächtigung. Das ist die Pfähler. Das ist wichtig. Einer hat die Pfähler. Das ist wichtig. Schauen Sie das Menü. Tschüss. Ciao, Bella. Du auch, gell? Tschüss. Gestir die Alpgrün wollen bei Luster Lavorar, Kontakt. Ich denke, du bist die einzige, die Englisch sprechen. Ich habe einen Abend für die Jahreszeit, aber auch für die Logistik. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Hier in Schweiz haben wir bereits vorbereiteten die Salate. Das ist bereits vorbereitet. Die beiden von der Fondue haben gesagt, dass sie es in der Herzen zu machen. Die Herzen? Die Herzen? In der Herzen. Ah, ja. Die Herzen. Die Leute sagen, dass sie es in der Herzen zu machen. Die Pflanze ist Fondue mit No-muh-dee. Wer weiß, was ist das? Pepe, den Mulino, ein Kuckel von Kirsch, der Pflanze ist nur für einen Kuckel von Kirsch. Bei uns im Tafeln oder im Tafeln hat man den Kuckel von Kirsch. Daher hat man den Kuckel von Kirsch und das Adoption eine Kuckel von Kirsch. Es ist nicht mehr zu essen, wenn man die Kuckel von Kirsch von Kirsch. Manchmal haben wir eine Salate, aber nicht nur eine Salate. Ich will nur für den Pem und den Wien. Ich will nur für die Wende essen, sondern auch für die Asabler. weil es nur in der Mälur ist. Aber es ist einfach, weil es nur für die Wende ist. Es ist ein Alpgrüm, weil es nur für die Kulturen ist. Auch in der Nähe. So, zum nächsten Mal haben wir die Pette. Das ist im Vorne. Wir haben einen Moment, wenn wir ihn finden. Welche Pette, Dati? Die Pette, die Zunz, also die Zunz der Kördl der Luft. Ich habe mich mit einer Louvre. Ich habe die Pette mit einer Louvre. Ich habe die Pette mit einer Louvre. Ich habe die Pette mit mir hier. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Maria dos Santos, Portugais, in Tuna, die Stadt der Stadt, in Cedrum. Wie ist es? 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 Man sieht es nicht, wie ist es? Ich habe die junge Leute aus. Ich habe die junge Leute aus, wie ist es nicht? Doch. iaspannend sind im Körner von Cedrum Das ist der MGB-Matterhorn-Gothart-Bahn. Sie hat auch das Buffet der Station auf Somm-la-sur-Selva, an der Societat mit dem Domizil Balesan. Wie geht es, Josep? Wie geht es? Wie geht es? Wir müssen die Somm-la-sur-Selva etwas anbieten damit sie im eigenen Land zu spielen. Das ist eine große Fremden. Wir müssen heute mit der Schöne und der Schöne kratzen. Die Sommissionen werden in der Schönen Ich habe aber auch ein guter Mensch gedacht, wenn ich das nicht bin. Man kann das nicht mehr machen. Ich habe nicht mehr für meine Liebe. Ich glaube, dass ich jetzt nicht mehr meine Liebe hätte. Das ist ein Fisch, also ... Er ist entflotzt, ja. Leche de Feufer Jaime. L'homme de Dona Maria. Elure d'Ayermo, il kiosk. Was machst du? Ich habe die Zigaretten vergessen. Schon wieder? Einen? Zwei. 17,20 bitte. Danke vielmals. Jawohl. Vielen Dank. Schönen Tag. Es ist ein Tier, Spitex. Es ist eine Person, die ein bisschen mehr kusiniert hat. Es ist ein Tier. 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 Ich bin zwob readers. Was, busy? Scheisse. Was ist ein Tiert wenn es trên? Was hat, nicht? Sie haben einen Beän. Ich komme. Es geht nicht mehr, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr. Ein paar Wierkels. Porta gut, Neua? Ja. Ves-a-lo bene? Es ist gut, oder? Manche. La Torte d'Utzund ist pronta. Il servizio des Meddics, un menü et pasche de la Carta, commence. Das ist das, dass sie gut sind. Danke. Ich habe einen Teck-Syrup. Ihre Jantar, ein Kollege, und das Filz von Dona Maria. Es gibt auch andere Menschen, die in der Klinik sind. Sie wissen, dass sie schon erwähnt sind. Sie sind in den Kaffee. 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 Da wollen Sie den Cedrum. Kuchen? Das ist nicht schlecht. Sehr fein. Und jetzt ist es, das ist ein Tempferd, und das ist ein Tempferd. Wenn Sie hierher kommen, dann kommen Sie in die Hände, dann kommen Sie in den Kaffee. Dann kommen Sie auf die Karte. Dann kommen Sie in den Kaffee. Sie sind in den Kaffee. Sie sind in den Kaffee. Aber voran wir in den Kaffee kommen in den Kaffee. Wir nehmen einmal Kapuiz. Ja, einmal Kapuiz. Ja, gerne. Ja, sehr gerne. Danke. Mir, mir. Sehr heiss, oder? Sehr heiss. Danke vielmals. Das erste Mal. Guten Tag. Ja, danke. Ich bin gleich in der Nacht. Ich bin immer noch von einemа Neukamann. ich bin immer noch von einem Zeug. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du dich nicht verlebt hast, dann haben wir ihn nicht wieder. Dann haben wir die Zeitdäger und Lehrer. Wenn du jetztанten Tag, Ja. Ich versuchte die Zeitdäger. Ja, das ist gut. Das ist eine der Bühne des Mondes, wenn die Gäste dran ist. Paola, sind Sie in Pustau? In der Stirn? Bei der Freude, nicht wahr? Nein, gut geht's. In Tancheltren späckte, jodet eine gute Centine der Jast, l'Ambiente der Alp Grün. Hallo. Hallo. Grazie mille. Das ist eine neue Zettung, die wir in Pustau haben. Wir haben einen Zettung mit Prosecco. Das ist ein Zettung mit Prosecco. Das ist ein Zettung mit Prosecco. Dann haben wir noch einen Kierge, einen Vignal mit Prosecco. Dann haben wir fünf Jahre alt. Aber wir haben einen Zettung mit dem Pustau. Das ist perfekt. Wir haben die Zettung mit den Zettung. Das ist ein Zettung. Das ist ein Zettung mit dem Pustau. Das ist ein Zettung mit dem Pustau. Das war die Zettung mit dem Pustau. Das ist eine große Herausforderung. Das ist das Zettung mit dem Pustau. Das ist das Zettung. Aber die Zettung ist nicht so, das ist nur eine gute Lünne. Die Zettung ist nicht so. Bis jetzt sind die Lünne. Wenn sie in eine Stunde sind, dann kommt das Zettung. Was hat denn? Portetik. Benvenu a Lavin. Il bistro vengt durch die Aorde di eine Lunga Posa. Bote in Onder al Serrat per vide der Renovation der Stazion. Questa Saira dà e per quai raclette ed aperitif per tozzi. Hoffentlicho noch ein paar, dass die Leute auch wieder kommen, dass die Leute uns in diesem Jahr nicht untreu geworden sind oder dass sie wieder vorbeigekommen, das wäre natürlich schön. Wir werden sehen heute Abend. Il bistro da Lavinne sin sé una sala da spät e quella vendrissada la buonura per far osteria la davomitsdí in Saira belle ed a posta, minccia fin defna. Ed insomma, il bufè della vinne è il più cultic caffè della Svizzera. Quai dice la biblia gastronomica Gomio? Il buoniamo? cum? Il buoniamo! Il buoniamo con la masticula con le vassabi. Il buoniamo, è molto buoniamo. È molto buoniamo. È molto buoniamo, non? L'amore, è molto buoniamo. bis es wieder rauf geht. Die Uhr ist la vertuere offiziale. Punktuall meint, dass die Cinch riven ins Fenster für eine neue Bistro der Station. Es gibt niemanden in dieser Zeit Sandro Scherer, die des Neussü de la Basse starrt in der Wind, und der Advokat Werner Kupferschmid der Basilea. Die Uhr nennt in der Temblieber und schottet das Team, die meine die Bistro. Und dann, wenn du mal hier hinkommst, wenn du im Bauch hier sitzen möchtest. Es ist ein schönes Wochenende, weil es hier die Rappen gibt. Das machen wir oft. Wenn wir draussen, wenn wir rein. Es ist eine Porte d'Alavene, in der Bistro. Und weil es auch die Kultur hat, die Filme und die Lesungen. Ich finde, es ist ein wichtiger Punkt da. Da dir per il raclette es a Cora, pro le power di nizian del Bistro, Jürg Wirt. Musst du davon runterstehen? Hey, guck mal! Das wird noch etwas heiss. Gut. 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 Und da hinten, der Valur, auch die Zürcher im Möste. Es ist für mich ein Bistro sehr wichtig. Ich bin sehr stark. Ich bin in WM und in EM. Ich bin in den Shop, in den Bistro. Ich bin in den Ensembling-Kompagnien. Ich bin in den Bistro. Ich bin in den Bistro. Ich bin in den Bistro. Die Wien ist cool, der Bistro ist cool. Silly, das ist der Melder. Die Zürcher ist der spezielle Werte. Die Zürcher ist mit der Gemeinschaft. Es ist ein Mixed-Zürcher. Es ist ein Zürcher. Es ist ein Zürcher. Es ist ein Zürcher. Aber es funktioniert in der VIN und hier ist der Bistro. Es ist das Bler, die nicht in der VIN frequentieren. Es ist ein Bler und Bistro. Es ist eine Gruppe, die für die Indigenz und für die andere. Es ist noch eine Funde. Es ist eine Gruppe, die an den Bistro. Es gibt auch eine Gruppe. Das ist das Bler. Es ist eine Gruppe, die Bistro. Es gibt die Wachstum, die Feste. Es ist in den Bistro. Es gibt auch die Gruppe. Es ist ein Wachstum. Ivan, schön, dass du mitmachst. Ose lässt er beim Mann die Schufe der Station in den Schopf. Ose ist noch ein neues Projekt. Wir färben einen Schopf. Wir sind alleine. Wir lassen viele Konstanz für die Divertiment. Es ist ein Kino. Wir lassen die Divertiment. Wir lassen die Divertiment. Wir lassen die Divertiment. Und auf der Ende der Divertiment, der der Buffet der Station, der sie in der Spät. Die Divertiment sind in der Alpgrüm. Die Divertiment haben die Divertiment, die sich in der Divertiment auf dem Ploch auf der Divertiment. Ausser ist er der Dirkulassimmunditius, dass er nicht mehr in der Stimme ist. Das ist ein Fortunat, dass du die Liedsrichter bist. Die Schalträhne ist er verschwellt. Er schwärmt 30 Minuten. Das war's für mich. L'Urari der Takt, Sylal Grüm, fasziniert den Team der Kameradudasch. Wie oft stehen Sie mal hier, ohne dass es was zu essen gibt? Wir organisieren uns so, dass wir für mindestens eine Woche Frischwaren da haben. Mit dem Zug, der jetzt von unten raufkommt, bekommen wir eine Ladung Wein und Getränke. Das ist für heute ja sehr ungewöhnlich für die heutige Zeit, dass man irgendwo lebt, wo man jetzt nicht einfach hin- und herfahren kann, wie man möchte. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Mezzogiorno ein Tavolo per 13. Die Wien riefen in Albeck auf den Trenn, und so, dass die Trenn riefen, dass die Kleine in der Salle Nord sind, das war's für heute. Dünnach habe ich mir gedacht, dass die Trenn riefen, dass sie schon in der Rechte, und sie hier sind schon eine Maschinen. Und hier, in der Hoare in der Kampflage und die Hechte zu anstattivieren, wir das durch einen Restaurant machen, in der Happy Wilhelm, wir haben dort eine gute Wien, hier sind sie für heute. Das ist ein, das ist großartig. Hier haben wir eine gewisse Quantität. Die anderen Buffets sind ein bisschen klein. Da ist es Arbeit, aber die anderen Buffets sind schon in der Rechnung. Das ist alles anders. Das ist eine Wirkung des Niemals und die swelling! Das ist ein, das ist eine gute Einstieg. Einvermeisterung, der sich in die Verwärter für die Einstieg. Da sind die Einstieg. Der hat einen guten Einstieg. Die Einstieg der Intieg.